Hallo Walking-Freunde, hier präsentiere ich euch von Adidas den Response Walk GTX. Dieser stabile Walking-Schuh macht eine tägliche Walking-Einheit zu einem tollen Erlebnis. Damit der Walker zu jeder Zeit und bei jedem Wetter optimal geschützt ist, wurde der Schuh mit einer Gorotex-Membrane ausgestattet. Diese hält die Nässe davon ab, in den Schuh von außen einzudringen, die Körperfeuchtigkeit wird nach außen transportiert und dadurch ist der Schuh wasserdicht und extrem atmungsaktiv. Das robuste Obermaterial schützt sich nicht nur vor Regen, sondern auch vor Steinen oder Ästen, die auf deinen Wegen liegen könnten. Für die nötige Dämpfung sorgen Adipren im Fersen und Adipren Plus im Vorfußbereich. Somit wird dir ein ganz komfortables Laufen ermöglicht. Die Außensohle im Fersenbereich ist symmetrisch gekerbt, um das steilere Aufsetzen, das man beim Walken hat, besser zu kontrollieren. Für jeden Walker, der einen Schuh sucht mit komfortabler Dämpfung und mit optimalem Wetterschutz, ist der Adias Response Walk GTX der optimale Begleiter für seinen täglichen Sport. Ihr erhaltet den Schuh in allen Runnerspoint-Filialen oder direkt bei uns im Online-Shop unter www.runnerspoint.com. Untertitelung des ZDF für funk, 2017